Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Robotiko.de und zwar ist das ein Spezialist für Haushaltsrobotik. Wenn wir schon keine Elektroautos jetzt direkt haben können, also außer Gerrit, der hat jetzt eins, aber können wir doch wenigstens Haushaltsroboter uns zulegen. Genau, ich hab meine kleinen Elektroautos da zu Hause. Robotiko.de ist da spitze und so, da steht nochmal der Coupon-Code und ihr könnt hier Saugroboter, Wischroboter und Gartenmäherroboter Dachrinnenroboter, das hab ich heute gesehen, das ist nämlich fast vom Stuhl gefallen, das ist großartig. Das ist halt so ein Roboter, der hat ja eine Dachrinne. Ja, das macht doch voll viel Sinn. Ganz im Ernst, bist du mal auf so, du wahrscheinlich nicht, weil das hier nicht dein eigenes Haus ist, aber du musst halt ab und zu diesen ganzen Laubdreck aus der Dachrinne rausholen, wenn du mal irgendwie größere Bäume außenrum hast und dann stehst du halt im Zweifel auf einer Leiter oder stehst halt auf einem Dach, was nicht so ganz gut ist und kehrst halt die Dachrinne aus, was total Quatsch ist und da stellst du so Dinge, ich wusste bis heute halt ernsthaft nicht, dass es so was gibt. Stellst du rein, sagst du mach und der macht und so plupp und schmeißt diesen ganzen Dreck aus deiner Rinne raus, großartig. Aber du musst ihn schon reinsetzen, du kannst ihn nicht einfach da lassen. Nee, du musst ihn reinsetzen, weil du musst ihn du willst jetzt auch keine Ladestation in der Dachrinne bauen. Ich bin gerade dabei, ich bin gerade in Übung, okay, also man muss ihn reinsetzen, aber dann ist man safe. Genau, aber das ist halt auch nichts, was du wirklich, was du, ich meine, ich lasse meinen Rumba jeden Tag fahren und das ist halt nichts, was du jeden Tag machen musst, das machst du halt einmal im Jahr, wenn es hochkommt, da stellst du halt die Leiter und du stellst ihn noch, setzt ihn rein und der hat so einen Griff, den du abnehmen kannst, das wird jetzt hier aus Versehen die Werbeveranstaltung für den Dachrinne, Robert, das tut mir ein bisschen leid. Ich war sehr begeistert. Nimmst den Griff, den klickst du ab und dann ist es gleich, gleich seid ihr in der Fernbedingung, drückst auf den Start, Startknopf und dann räumt der deine Dachrinne aus und fährt dann einfach bis zum Ende und macht diese Dachrinne leer. Ich war, ich war hin und weg. Hat der Carport eine Dachrinne? Sehr guter Punkt, ja, hat er natürlich. Man könnte ja auch eine anbringen, um diesen Roboter durchzuschicken. Muss ich nicht, habe ich ja schon. Ich bräuchte aber noch was, was dir gleichzeitig auch noch das Dach sauber hält. Ich bräuchte also praktisch ein Outdoor-Rumba. Jetzt wird's spannend. Also ich habe einen Indoor-Rumba zum Ausprobieren hier und habt ihr mal so ein Bild, es ist einer von den ich weiß nicht genau, 80 oder 870, das sind hier die Modelle mit den Gummibürsten unten dran, die nicht mehr so vollfilzen. Das muss ich mir mal genauer angucken. Das kannst du dir gleich anschauen. Du kriegst hier diese Leuchttürme dazu. Die kannst du entweder stellen auf hier nicht weiterfahren oder auf komm hierher. Also wenn du irgendwie zum Beispiel einen längeren Gang hast und du willst, dass der auch den Gang findet und nicht nur zufällig reinfährt oder durch eine Tür ins zweites Zimmer, machst du den komm hierher Leuchttürm und dann fährt er dort rein und macht dort sauber. Und wenn er zwischendurch Strom braucht, fährt er wieder nach Hause an die Station und lädt sich wieder auf. Und das ist ein Online- und ein Offline-Shop. Das heißt, ihr könnt hier mal online gucken auf robotico.de. Ihr könnt aber auch in den Laden in München gehen. Da gibt es einen Showroom, wo ihr die alle ausprobieren könnt. Der hat da so einen Testparcours im Laden. Hat auch so eine kleine Stufe eingebaut, um zu sehen, wie viel Stufe können sie überwinden. Da siehst du auch, dass sie nicht die Treppen runterfallen, weil der Tisch dann zu Ende ist. Ihr könnt dort auch einfach anrufen und mit jemandem sprechen, euch dort beraten lassen. Ihr könnt, wenn ihr einen Rasenroboter haben möchtet, dann könnt ihr dort auch die Kabelverlegungsmaschine als Service mieten, dass dieser Draht im Rasen verlegt wird. Uh, erzähl mir mehr. Jetzt brauche ich noch so ein Glas in der Hand, dann könnte ich hier Django Unchained nachspielen. Jetzt bin ich sehr interessiert. und genau, ihr könnt Service-Pakete bekommen. Ihr habt auch eben diesen Showroom in München, wo ihr vorbeikommen könnt. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, wie funktionieren die, welche Modelle gibt es, wie fahren die auch. Also ich habe zum Beispiel ihn gefragt, möchte man denn so einen Roboter, der so irgendwie gefühlt chaotisch durch die Gegend fährt oder einen, der den Raum irgendwie mit Lasern vermisst und dann gerade Bahnen auf und zu fährt, hat er gesagt, die, die chaotisch fahren, wischen und putzen genauso gut. Mhm. Weil beim Rasen ist aber dann anzuraten, einen nehmen, der gerade fährt, oder? Weil dann hast du schön, du siehst ja beim Rasen, siehst du ja quasi die Bahnen, oder? Wäre ich mir gar nicht so sicher, weil der fährt ja jeden Tag. Der mäht ja immer einen Millimeter davon weg. Und ich kann mir dann, weil du, du mähst natürlich einmal grob vor. Also ich, steht mir noch, steht mir noch bevor. Du mähst einmal grob dein, dein, dein Rasen runter und dann fährt der da jeden Tag und ich vermute mal, dass du dann davon nichts mehr siehst. Kann sein. So, und was ihr hier auch habt auf der Seite, wenn ihr da mal durchschauen möchtet, ihr habt von den Geräten hier so eine Vorführung, wie er von unten aussieht. Da hat er dieses Bürstchen, um irgendwie Krümel reinzuholen. Und in der Mitte seht ihr die, 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 die Gummirollen, die den Staub aufsaugen. Dann in Zeitlupe das Ganze. Das ist ein Porno, was du da gerade guckst. Hammer. Das ist ziemlich gut. Dann habt ihr hier ein Video, was erklärt wird. Von mir ist der Kantentest, wie das Ding eben über Stufen fahren kann oder eben nicht. Das ist zu viel. Und dann dreht er um und geht wieder weg. Und ihr habt dann auch jeweils für die Geräte ein Lautstärke-Video, wo ihr hören könnt, wie sich das Ding anhört, ob das irgendwie ein gutes, das kann ich jetzt nicht einspielen, aber könnt ihr dem Ding mal zuhören, wie es das denn für ein Geräusch macht. Das war zum Beispiel meine Kaffeemaschine. Ich habe dieses Video vor meiner Kaffeemaschine vorher nicht gehört, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Einfach zu laut. Natürlich, so ein Staubsaugerroboter macht auch ein bisschen Lärm, aber es ist jetzt keine, nicht wie ein voller normaler Staubsauger. Ja, was das Schöne ist, du kannst den halt konfigurieren und sagen, ich weiß sowieso, ich bin jeden Tag um 11 Uhr nicht zu Hause. Da fahre ich einfach da, weil da ist mir völlig egal, wie viel Lärm er macht und das stört nur meine Nachbarn und es ist mir wurscht, ob das die stört oder nicht, weil ich bin nicht da. Also, ihr könnt euch mal bei Robotiko melden, dort anrufen, im Online-Shop was kaufen. Wenn ihr den Gutscheincode automatisch sauber zusammengeschrieben verwendet, gibt es nochmal 3% Rabatt auf den ganzen Warenkorb und die Damen und Herren freuen sich dort über einen Anruf auch und können euch dort beraten. Entweder per Telefon oder ihr kommt in die Arnulfstraße in München und schaut euch dort den Showroom an und den gläsernen Boden und schaut euch die Roboter von unten an. Ich werde das tun. Das ist eine Drohung. Ja, also herzlichen Dank robotiko.de slash Spitz und so und ich tue nochmal einen Link in die Show notes. Herzlichen Dank für die Unterstützung.